Noch 46 Tage. Dann ist es soweit. Die zentrale Prüfung 10.2019 steht an. Und das bedeutet für viele von euch, ihr werdet von einem Schüler zu einem Abschlusskandidaten. Ihr habt euren ersten Abschluss in der Tasche. Aber was kannst du heute an diesem Tag tun? Beispielklausuren ansehen. Aufgabenformate üben. Du kannst Vokabeln lernen. Du kannst Beispielaufgaben rechnen. Du könntest eine Written Discussion zum Thema School Uniforms schreiben. Du könntest natürlich auch ein Letter of Advice schreiben. Zufallsversuche, Prozentrechnung, Funktionen anschauen. Englische Nachrichten ansehen oder hören. Das alles kannst du machen, nur bitte nicht verzweifeln, traurig sein, gelangweilt in der Ecke rumhocken. Nicht wissen, wo du anfangen sollst. Gib noch einmal alles. Die vollen 100%. Dann schaffst du das locker. Schreib mir doch einen Kommentar. Teile und like mein Video. Und das war's. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Du darfst mir natürlich auch ein Abo geben. Deine Nachrichten Deine Nachrichten